Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO-Video. Es ist das gleiche wie letzte Woche, wie bei Office. Wir haben Train im Livestream versucht und es hat nicht geklappt. Wir haben nur 8 von 10 Runden. Ähm, los geht's, ne? SoloQ versteht sich von selbst. Ach ja, und ganz wichtig, heute Abend um 22 Uhr ist der Livestream und zwar ein besonderer, denn eSportl macht wieder ein Wochenende voll Spaß und Magie und da sind wir mit dabei. Das heißt, wir werden heute Abend eSportl-Spiele machen und danach noch anderes und am Sonntag auch nochmal streamen. Da werde ich mittags anmachen, ich denke so gegen 12, 13 Uhr und dann da auch weiter streamen. Also heute ab 22 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr. Ich werde auf Twitter und in der Steam-Gruppe auch nochmal Bescheid geben, wer heute Abend mitmachen möchte. Kommt einfach in den Stream. Hallo? Und natürlich sind noch wieder Giveaways am Start, das ist klar, ne? Live-Giveaway läuft noch. Bitte seid ultra krass, Jungs. Komm, Train ist wirklich wichtig jetzt. Ein Win muss es noch nicht mal werden, aber bitte, diese zwei Runden, die noch fehlen, die sind bitte drin. Okay? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das fühlt sich jetzt schon wie ein Fehler an. Haben wir nicht eben ge-ecoot? Ich habe behindert im Team. Orange, wie du kaufst jetzt voll. Hör auf. I've got the fuse for A. Oh, er ist AFK, er ist ja noch schlimmer. Ah, jetzt läuft er. Oh mein Gott, ich habe einen hier, der auch Englisch spricht. Oh, fuck. Kann wir jetzt bitte kaufen? Okay, also jetzt bitte ein selbes Spiel. Danke, ich brauche nur zwei Runden. Wenn wir die beiden Runden in dem Spiel nicht kriegen, an dem ist der Leicis go. Dann höre ich auf. Kauf, Lenny. Er hat echt gekauft vorhin. Oh, diese Sache. Ey, es steht doch aber echt unter dem beschissenen Stern, oder? Team Main 1. Gestern haben wir mit Sanse gespielt, ne? Und wisst ihr, was passiert ist? Sanse ist rausgeflogen. Vor Runde 1. Er konnte nicht mehr rein. Also wir waren einfach von Anfang an zu viert. Nice. We got the bomb guys in Ivy. Wir sind bei CT. Und verlieren. To rush Ivy. Das waren die Antworten darauf. Er kauft voll dieses be***te Stück Scheiße. Nein. Okay, okay, okay. Nur noch eine Runde. Die ist doch bestimmt drin. Untrain down. Nice. He's down. Uh. Na also. Jetzt frickt er hier unseren grünen. Der ist halt noch bei einem Kill. Steht am Anfang des Spiels nach seinem Rank. Jetzt will er ihn nur fertig machen. Der Affe. Smokes and Flash Don't A. Bitte haltet die Fresse. Die flashen mich. Sie labern die ganze Zeit nur auf was weiß ich was. Anstatt dir mal einen gescheiten Call zu geben, bitte. In front of your green. Nice. Ich bin jetzt schon wieder komplett am Ende. Heute Abend. Auf eSportal. Machen wir schön alles gemeinsam. Wisst ihr, da habe ich wenigstens euch am Start. Und nicht irgendwelche... I can drop. Nicht irgendwelche... Irgendwelche Dummdödel. Die jede Runde durchkaufen. Und dann auch noch nicht Englisch reden. Das sagt keiner an, wohin er geht. Jede Runde steht... Team Main 1. Jeder steht mal woanders. Lustiges... Positionen raten. Popdog out. He's electric. He's down. I'm smocked on A. They're coming close on A. Sandwich. Fuck yeah. Ich konnte nicht mehr schnell genug schießen. One on spot. He's above you. Ist das der letzte, die wir... Ah, das ist unser letzter. Jetzt mir einfach... Oh oh. Nice. Richtig, richtig nice. Raki. Gut gemacht, du alter Kacki. Looks like A. Bumpy. Bumpy, sagt er. Egal. Die 10 Runden sind drin. Was macht der denn? Jetzt ist die ABP nicht da, ne? Geil. Ich muss die muten. Ich muss die muten. Ich kann mit geistig B... nicht sprechen. Das ist Wahnsinn. So. Acker snacken und ab dafür. Ich hör mal wieder rein. Haben sie was zu erzählen aus ihrer Werkstatt? Nein? Okay. Molling Popdog. Nice. Sehr gut. Ich weiß nicht, wo ich die Runde wieder hinkomme. Gehen sollte. Ich gucke jetzt einfach, wie die laufen. Und stelle mich an die Pose, die offen ist. Also er geht scheinbar bei Ivy. Wir haben noch einen, der in Connector... Na ja, nicht wirklich stehen. Bleib, ich gehe hoch. Oder stop sein. B ist einer gefallen. Ivy ist einer. Another one Ivy. Smoke on A. He's down. Okay, on the tail. Oh shit. Jetzt sind haben sie mich rausgebrannt. Einfach wieder bei Ivy durch. Got it, Bray. I got it. Down. One up. Woher wollte er denn gerade hinschießen, Mensch? Diese Gegner lieben die Trains echt abgöttisch. Wenn ich auf dem Train bin, fühle ich mich immer ultra angreifbar. So richtig. Hier bin ich. Ist einfach nicht meine Welt auf den Trains. Sag, dass du flashst, du Foggle. Okay, hinten ist keiner. Schade. CT1? Ja. Und das Connector? Wo ist der? Connector 2. Last one Connector. I'll wait for you. Wait for you. Nice. Das ist echt schlimm. Wenn es jetzt die anderen beiden gewesen wären, die wären einzelne Reihen und wären gestorben. Die, die schon tot sind. Einfach brainless. Aber mit dem Lemmy und mit dem anderen. Das laughed. Und das Popdog? Oh nein. He's low. Ich bin aufgestanden zwischendurch. Wie dumm. Egal. Das ist noch eingefahren. Kommt. Das haben sie oben. Nice. Ich meine, ich habe jetzt trotzdem GH geschrieben. So ist es nicht. Aber trotzdem ist es sehr schwer machbar. Aber da, äh, Orange ist schon wieder. Er ist jede Runde sekundenlang AFK. Guck mal, ich bin gleich auf B. Er ist alles noch AFK. Die wurden eben gleichzeitig gekillt. Gut. Die ersten englischen Worte, die er spricht. Das ist gerade schlimmer als Office, ne? Hier. Auf Train. Oh, 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 oh. Er holt einen. Wahnsinn. Da ist noch einer bei Electric. Den auch keiner ansagt, ne? Er hört ihn steppen. In der Sekunde würde ich sofort schreien Electric, weil ich weiß, dass mein Kollege Popdog ist. Aber es ist ihm einfach voll egal. Das sind diese ekeligen Kerle, die halt, ne? Auf ihre Kills gehen, aber nichts fürs Team machen. Und dann sagen sie nach der Runde immer, öh, why you don't kill so many SA, du öh. Dabei spielen sie einfach schlecht. Es ist schlecht. Und wenn es dann drauf ankommt, kriegen sie es nicht gebacken. Pass auf. Na ja. Ich glaube, mit dem Team von Office hätten wir hier gewonnen. Gut, die sind zwar ab und an auch nicht richtig rangegangen, ne? Wenn wir dann mal irgendwo offen hatten. Also sie haben nicht erkannt. War eine Möglichkeit für uns besteht, die Runde zu gewinnen. Aber. Okay, wo haben wir den Kill gemacht? Okay. Aber dennoch kamen wir voran. Was ist das? Wie sonst? Das ist close. Fuck. Da oben ist der Gegner. So, wie sie jetzt abgehen. Der Gegner und er. Mit Face it. Ich würde auch meine eigene Liga eröffnen. Da gibt es dann auch Punkte. Und wer nicht auf meinem Rang ist, der ist ganz arg schlecht. Weil daran wird der Skill wirklich bemessen. He's there. He's low. 12 HP left. Guck dir den Pisser an. Der Gegner hat eben noch einen gekillt, der mich gekillt hat, ne? Weil er nicht, weil er nicht nachkommt. Wenn der jetzt auch stirbt, durch den gleichen, der mit 12 HP noch umhampelt. Ich freue mich schon auf heute Abend, wenn wir da gemeinsam reinhusteln können und nicht mit solchen Klackeln spielen müssen. Die dann auch noch am Spawn stehen bleiben, um in Chat zu schreiben. Um Gottes Willen. Solche Leute kosten die einfach den Rank. Orange hat sich jetzt mittlerweile auch in Bewegung gesetzt. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer jetzt der Gute ist. Ich glaube, wir kicken ihn echt. Tschüss, Lemmy. Soll gerade das nächste Spieljoine da auf K sein. Behind. Der hat das wohl auch nicht gerafft. Hier der Kollege, dass da was kommt. Tade. Du schitterte Affe. Auf Office haben wir übrigens auch einen Faceit-Gott zerstört. Mit unserem Random-Team. Der rumgejault hat, dass das ja gar nicht zählt. Weil auf Faceit ist er so und so. Und hat auf Office nichts geschissen bekommen. Also das war natürlich wunderschön. Damit kommen sie immer, wenn es nicht läuft. Die Idee, aber auf Faceit. Ich glaube, wir müssen wir fast. Okay. Nice, alter Ranky. Die haben wir easy gemacht. My boy. Die haben wir easy gemacht. Ja, ich bin AWP-Profi. Hast du richtig gemerkt? Der Bot. Okay. Nice one kill him. Okay, let's go A then. I'm going PopDog. Fuck. I'm going to plant that smoke. Merkt ihr, was godlike ist, Allah? Der Rest hätte wieder 10 Jahre gebraucht, bis sie irgendwas geschissen bekommen. So oft fehlt einfach die Initiative bei den Jungs. Ich will wieder AWP. Eigentlich würde es ja wirklich gehen. Wenn dieser Mare und MNMP... Ist ja jetzt auch A. Na, jetzt kommt er. Na also. Ich weiß es echt nicht zu glauben, ne? Ich guck mal auf A. Oh, Bot Irwin. Kann vielleicht einer mit einer AK kurz ein bisschen vorgehen? Nein. Und ist close. Negev, Alter. Geh weg mit dein Negev, Bot. We should go faster, ne? I've got PopDog. Zum Glück war der Bot direkt hier gestanden. Ein Klatsch. PopDog. Ja, jetzt hat der Bot halt die AWP. Na ja. 50 Punkte wären noch lecker, so zum Ende hin. Ich habe jetzt gerade 39. Die erste Hälfte ist so räudig gelaufen. Aber was willst du auch machen bei CT? Wenn die Jungs sich nie irgendwo feste hinstellen. Ständig musst du irgendwo hin rotieren. Und wir sind in der Rotation gekillt. One kill an A. I'm only the connector. He's there. Plant it. In smoke. No, he's above me. Oh, grün. Hättest du nicht gucken können kurz? He's defusing now. Hätte grün nicht ganz kurz über mich gucken können? Den hat man gesehen. 43 Punkte. Komm schon. Nice, guys. I'm only the connector. Zumindest noch ein paar behind. Scheiße. I'm coming last on A. Ach, die Bot-Punkte gehen ja gar nicht an mich, ne? Shit. Immer noch 43 und noch nicht meine Waffe. Jede Runde, die wir gewinnen, lässt den Loose weniger schlimm erscheinen. Let's try A fast. On train, Blue. Oh, Gott. Guck wieder, Ivy, Alter. Ivy. So. Hopp, Jungs, jetzt Deckel drauf. Machen wir jetzt hier mal die Geschichte zu Ende. Nice. Ah, you got the Warp Yellow. Sandwiches. Dab, dab, dab. Dadadadada. Firestarter wieder. Aha. Mit 56 Burn Damage. Aber wir haben es geschafft. Train ist abgeschlossen. Und der Rank ist noch da. Ah ja, sehr schön. Und es gab sogar noch eine Forest Tidipad. Jetzt raste ich aber aus. Leute, wir sehen uns gleich im Livestream. Also um 22 Uhr. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Wahrscheinlich halt um 21 Uhr oder sowas. Kommt ran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.